Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das passiert, wenn man sich über jemand anderen lustig macht Du wurdest als Gegenstand ausgewählt, den ich in die Welt mitnehme Ist das geil! Eine Göttin an meiner Seite, die ihre Kräfte nutzt, um mein Leben leicht zu machen Eine Parallelwelt? Hey, das ist wirklich eine Parallelwelt Hey, warte mal, wenn das stimmt, was der Engel vorhin gesagt hat, dann werde ich Magie benutzen können Und hier verrückte Abenteuer erleben Auf Wiedersehen, langweilige Stubenhockerleben Willkommen Abenteuer Das ist traumhaft, ein neuer Start in einer neuen Welt Halt bitte endlich die Klappe Was sollen die Leute denken? Die werden glauben, dass ich mit einer durchgeknallten Irren befreundet bin Ja, und außerdem, war da nicht mal die Rede davon, dass du mir was geben solltest? Guck doch mal, was ich anhabe, einen Trainingsanzug Ich bin in einer Fantasiewelt und das Einzige, was ich habe, ist ein Trainingsanzug Brauche ich nicht erst sowas wie eine Grundausrüstung? Verdammt! 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 4